Herzlich Willkommen zu BDMP-Info, dem Infomagazin des Bundes der Militär- und Polizeischützen. Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare und teilweise konstruktive Diskussionen zu unserem letzten Video. Leider haben wir auch einige Heter-Kommentare erhalten zum Thema Änderungen im Waffengesetz. Gerne sind wir bereit, Eure Fragen und Kommentare zu beantworten, soweit es uns möglich ist. Was wir nicht tun werden, ist, auf Heter-Kommentare oder Beleidigungen einzugehen. Diese werden dank unseres Administrators sofort gelöscht. Das hat nichts mit konstruktiver Kommunikation zu tun und auf unserem Kanal überhaupt nichts zu suchen. Bei Fragen, wie sich der BDMP für seine Mitglieder zum Thema Änderungen im Waffengesetz einsetzt, wendet euch bitte direkt an den BDMP unter der Mailadresse office-at-bdmp.de oder wir leiten diese an den BDMP weiter. BDMP-Info ist ein reines Reportageteam, das euch über Disziplin und Events des BDMP informiert. Das war's von meiner Seite aus. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt BDMP-Info, das Infomagazin des Bundes, der Militär und Polizei schützen.